Das ist so. Aber wo, erzähl mal über die AfD, was du vorher gesagt hast, was du rausgefunden hast. Ja, was heißt rausgefunden? Also im AfD-Wahlprogramm von 2021 steht zum Mindestlohn, also eigentlich etwas, das wir jetzt Linke durchaus unterschreiben könnten. Und bei dem Punkt Mindestlohn beibehalten, das ist auf Seite 119 des Programms. Der gesetzliche Mindestlohn ist mit dem Wesen der sozialen Marktwirtschaft eng verbunden. Er korrigiert im Bereich der Entlohnung die Position der Niedriglohnempfänger als schwerer Marktteilnehmer gegenüber den Interessen der Arbeitgeber als vergleichsweise starke Marktteilnehmer. Er schützt sie auch vor dem durch die derzeitige Massenmigration zu erwartenden Lohndruck. Insbesondere erlaubt der Mindestlohn eine Existenz jenseits der Armutsgrenze und die Finanzierung einer, wenn auch bescheidenen Altersversorgung, die ansonsten im Wege staatlicher Unterstützung von der Gesellschaft zu tragen wäre. Mindestlöhne verhindern somit die Privatisierung von Gewinnen bei gleichzeitiger Sozialisierung der Kosten. Und ja, das ist eine grundsätzliche Diagnose, die man erstmal unterschreiben könnte, aber da muss man jetzt anmerken, der aktuelle Mindestlohn, der ist ja viel zu gering, um für eine vernünftige Altersversorgung auszureichen. Also, wenn man aktuell 40 Jahre lang arbeiten würde und eine Vollzeitwoche hätte, dann bräuchte es einen durchschnittlichen Lohn von 14,44 Euro, um quasi eine Rente zu haben, die über dem Grundsicherungsniveau liegt. Also noch keine gute Rente, sondern eine Rente, die gerade so keine komplette Armutsrente ist. Und aktuell liegt der Mindestlohn, du weißt es, bei 12 Euro, nicht bei 14,44 Euro. Das heißt, es garantiert sozusagen Altersarmut, praktisch der jetzige Zustand. Ja, das hat die Linke, also die Zahl, die ich habe, das kann ich auch sagen, die basiert auf einer Anfrage der Linken aus dem Jahr 2018. Da hat sie gefragt, wie viele Jahre müsste man, ja, wie hoch müsste der Mindestlohn sein, damit man unter den eben genannten Bedingungen, also 40 Jahre Vollzeitwoche, dass man da in der Rente dann genug hat, war die Antwort 12,63 Euro. Da habe ich einfach nur die Inflation der letzten Jahre draufgeschlagen, damit alle wissen, woher ich die Zahlen habe. Ja, und jetzt ist es ja interessant zu sehen, wie die AfD sich bei konkreten Erhöhungen des Mindestlohnes verhält. Denn eigentlich müsste der Mindestlohn ja deutlich erhöht werden, wenn sie will, dass die Arbeiter davon in ihrer Rente leben können, oder? Ja. Das würdest du da jetzt erwarten. Du würdest doch erwarten, dass sie einer Mindestlohnerhöhung auf 14 Euro auf jeden Fall zustimmt und das noch aggressiv fordert. Wenn sie für die Arbeiter sind, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, wenn sie davon sich das so auf die Fahnen schreiben, ja, wir wollen denen helfen, den Rentnern und um die geht es uns, weil das rufen sie ja die ganze Zeit, ja. Ja, so, ja, die Migranten, die nehmen alles für sich und es bleibt nichts für die Rentner und, ja, ja. Aber was haben sie wirklich? Wahrscheinlich wollten sie den noch senken am Ende, glaube ich, oder? Also, vor kurzem gab es ja eine Mindestlohnkommission, die Forderung, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen. Von den Grünen geschickte Experte, der war dafür. Von der FDP geschickte Experte, der war dagegen. Der ist übrigens Mitglied in der Montpellier-Roy-Gesellschaft. Das heißt, es kam auf die Kommissionsvorsitzende an, die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Und die hat sich dann, Überraschung, dagegen entschieden. Das heißt, die SPD hat eine stärkere Erhöhung des Mindestlohnes verhindert. Das heißt, ein Linker, der würde jetzt auf jeden Fall sagen, diese verdammte SPD, die eine stärkere Erhöhung des Mindestlohnes verhindert, die hat sich gegen die Gewerkschaften gestellt, die sorgt dafür, dass weiterhin Armutslöhne gezahlt werden, dass der Mindestlohn von 12 Euro nicht an die Inflation angepasst wird. Damit bricht sie eigentlich ihr wichtigstes Wahlversprechen. Also, das würde ein Linker sagen. Die SPD ist quasi Schuld daran, dass die Mindestlohn zu gering ist. Jetzt kann man sich aber mal anschauen, was der AfD-Abgeordnete Jürgen Pohl, Mitglied im Ausschuss für Arbeits- und Soziales, dazu gesagt hat. Jetzt kommt ein längeres Zitat. Ihr könnt ja mal im Chat raten, was wird er wohl zu dieser sehr schwachen Erhöhung von 12,41 Euro, von 12 Euro auf 12,41 Euro sagen, und zu dieser sehr heuchlerischen Forderung des SPD-Chefs, den Mindestlohn doch stärker zu erhöhen. Also, ihr müsst mal nachdenken, der SPD-Chef sagt, also, die SPD verhindert zuerst eine stärkere Erhöhung des Mindestlohnes. Und hinterher sagt der SPD-Chef, nein, wir sollten den Mindestlohn stärker erhöhen. Also, die SPD verhindert etwas und macht dann genau damit Wahlkampf. Das sagt die AfD dazu. Ihr könnt ja alle mal raten. Ja, ich weiß es nicht. Sag's. Der SPD-Chef, also, ich zitiere jetzt Jürgen Pohl, also, unseren AfD-Abgeordneten hier. Der SPD-Chef, Lars Klingbeil, kann es nicht lassen. Seine nachdrückliche Forderung nach einer zügigen Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro ist Realitätsblendend. Umgeht die jüngste Entscheidung der Mindestlohnkommission und wird den neuen Streit in die Regierungskoalition hineinbringen. Vor allem aber geht die Initiative am Ziel vorbei. In Zeiten grassierender Inflation haben alle Arbeitnehmer trotz erwachter Leistungen weniger Kaufkraft. Ach ja, dann sollte man doch eigentlich für die Erhöhung des Mindestlohnes sein. Das würde ich jetzt mal einschieben. Also, der AfD-Abgeordnete kritisiert Lars Klingbeil dafür, dass er den Mindestlohn, ja, dass er eine stärkere Erhöhung des Mindestlohnes fordert. Also, die AfD setzt sich für einen geringeren Mindestlohn ein, nicht für einen höheren. Wenn die Inflation frisst die Löhne auf, laut Statistischem Bundesamt ist die Inflationsrate auf 6,4 Prozent gestiegen. Eine Bewältigung der Krise ist somit nicht in Sicht. Hier müsste die zerstrittene und konzeptlose Ampelkoalition ansetzen. Hier müssten endlich spürbare Entlastungen auf den Weg gebracht werden. Stattdessen führt Klingbeil über die Presse Diskussionen mit seinem Koalitionspartner der FDP. Was schadet den Interessen der Arbeitnehmer in diesem Land? So, so viel von Jürgen Pohl, Mitglied der AfD im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Das ist ja, was sie den Arbeitern die ganze Zeit einreden, nämlich, dass Mindestlohn eigentlich ihnen in Wirklichkeit schadet, weil wenn sie den Mindestlohn erhöhen oder es einen Mindestlohn gibt, dann werden die Arbeitgeber ihnen leider keinen Job geben können. Und dann sozusagen verlieren die Arbeitnehmer in Wirklichkeit. Wenn die Arbeitnehmer sich aber mit weniger zufrieden geben würden, dann könnte man jedem einen Job geben, weißt du? Das ist riesengroßer Schwachsinn, das. Natürlich, selbstverständlich. Wenn die Arbeitnehmer weniger Geld haben, kaufen sie weniger Produkte. Wenn sie weniger Produkte haben, was machen die Unternehmer? Sie fahren die Produktionsdrück und entlassen Arbeitnehmer. Also niedrigere Löhne sorgen dafür, dass Arbeitnehmer entlassen werden und nicht dafür, dass zusätzliche angestellt werden. Genau. Und was noch, ich glaube, wie sie das ausgleichen wollen, ist mit dem bedingungslosen Grundseinkommen, wie Ken Jamsen sagt. Und zwar, indem sie den Leuten ein Grundkapital geben, mit dem sie einfach permanent shoppen können. Und dann für dieses Kapital gehen sie dann noch zusätzlich arbeiten, um aufzustocken. Mir, das will die AfD nicht. Nein, nein, ich sage nur, nein, nein, nicht die AfD, sondern ich glaube, wie insgesamt da draußen genau dieses Problem geregelt werden soll, dass Mindestlöhne eigentlich in Wirklichkeit, wenn sie gesenkt werden, was ja die Arbeitgeber wollen, dass dann die Kaufkraft sinkt. Und da möchte man, dass der Staat einspringt und denen einfach ein Taschengeld gibt, damit sie einkaufen gehen können weiter. Das wäre ja noch sehr optimistisch, dass man das für ein bedingungsloses Grundeinkommen verwendet und sich davon nicht Rüstungsgüter kauft. Ja, klar. Aber ich sage nur, das ist jedes Ding, wie weit das jetzt durchgesetzt wird oder nicht durchgesetzt wird. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum man sich für das Grundseinkommen stark macht. Es ist einfach eine Falle in Wirklichkeit. Ja, aber das hat jetzt mit dem Thema ja nicht so viel zu tun. Ja, ja, aber es ist immer wichtig, das zu betonen, weil es gibt so viele Leute, die glauben, dass das Grundeinkommen eine Rettung ist. Das ist es nicht so einfach. Keine Einzelmaßnahme ist eine komplette Rettung. Das glaubt doch, glaube ich, niemand. Das sollte man nicht glauben. Ja, sollte man nicht. Aber ich glaube, man muss immer wieder darüber aufklären, weil vor allem in linken Kreisen gibt es dieses so bedingungsloses Grundeinkommen eine gute Sache. Gefährlich, sehr gefährlich. Ja, aber das ganze Zitat von Jürgen Pröl, was ich gerade vorgelesen habe, war ja relativ lang. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Er spricht sich dagegen an, Entscheidungen der Mindestlohnkommission anzufechten, die ja offensichtlich im Sinne der Arbeitgeber getroffen wurden. Auch Druck der SPD, das verschweigt er hingegen. Er verschweigt völlig, dass die SPD hier einen höheren Mindestlohn verhindert hat, sondern kritisiert die SPD jetzt dafür, dass sie einen höheren Mindestlohn fordert. Und dass die SPD hier komplette Heuchelage treibt, das kritisiert die AfD überhaupt nicht. Das ist der AfD komplett egal. Die AfD, auch nur die theoretische Möglichkeit, dass der Mindestlohn erhöht werden könnte, ist für die AfD schon eine Gefahr. Das heißt, dieser Satz aus dem Wahlprogramm, der ist in der realen Politik am Ende nichts wert, von wegen, dass sie so hohe Mindestlöhne will, dass sich die Menschen da von der Altersvorsorge aufbauen können. Also das ist von der Realität hiermit vom Tisch gewischt. Also falls Leute aus euch damit kommen, hey, guck mal, die AfD hat das doch im Wahlprogramm stehen. Ja, ja, ich glaube, man kann nicht viel auf das Wahlprogramm der AfD geben. Also die würden alles Mögliche reinschreiben und dann das Gegenteil tun. Das ist jetzt nicht das Ding. Also von der Altersvorsorge. Also von der Altersvorsorge. Vielen Dank.